Da, das ist übrigens ein OP-Skeletz. Ich muss schon mal anheben. Äh, der hat mein Schwert! Loll, wie er mein Schwert hat? Ein Wunderschön und herzlich willkommen zurück zu Mindfaction 2. Äh, ja, was haben wir letzte Folge gemacht? Wir sind letzte Folge in die Never gegangen und der liebe Olli ist eh natürlich verreckt. Ich hab derweil seine Equip eingesammelt und hab das die ganzen Tafels in die Kiste gepackt. Und, äh, heute wollte ich das Ganze mit dem lieben Olli fortführen. Einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Ich hoffe, ich sterbe diesmal nicht und ich werde heute nicht in den Never reingehen. Aber ich geh jetzt auf den Server. Kommen Sie mit? Tito. Ja. Ne, ähm, war ein bisschen blöd gelaufen. Ich glaub, ich war etwas zu, zu übereifrig bin ich da in diesen Raum reingetobt, weil du hattest in der Folge davor ja auch gesagt, der Idiot ist mit auf den, äh, ins Haus gekommen und, ähm, ja, das hätte mir von vornherein schon bewusst sein müssen. Oh, ich brauch was zu essen. Hätte mir von vornherein schon bewusst sein müssen, dass, äh, der da unten steht und wartet und sich einfach sagt, der doofe Poppy kommt bestimmt den fress ich mal auf. So, und wie gesagt, ich hab dir ja alles reingepackt, ne? Dankeschön. Super. Ich hoffe, hier ist wirklich alles drin, ich weiß es nicht. Ich musste mal gucken. Ich bin der Meinung, ja. Wir werden es sehen. Huch. Wir werden es sehen, mal sehen, was da so sagt. Ja, gerade, ich hab auch noch... So, okay. Äh, meine Kiste hast du gesagt, ne? So, dann wollen wir uns mal... Vor allem mit Schutz. Das musst du dir echt mal überlegen. Ich hab das ja mit Schutz alles gehabt und trotzdem hat der Saftsack mich... Jetzt wollte ich grad ein Brot anziehen als Hose. Auch nicht schlecht. Trotzdem hat der Saftsack mich da wegge-cashed. Ganz merkwürdig. Oh, wenn du... Warte mal, hast du? Hast du noch? Warte mal. Möcht' mir nochmal ein Bier von dir leihen? Ja, mach mal. Warte mal, wir haben... Doch, wir haben mal einen anderen. Vielleicht finden wir ja auch gleich noch mehr. Also, wir haben jetzt vor, so ein bisschen Farming zu betreiben. Wir wollen in diese komische... Wo wollen wir hin? Wollen wir schon spoilern? Wollen wir schon spoilern? Wir wollen... Wir wollen nach unten gehen. Sagen wir mal so, ne? Nach unten. Oh Gott, ich hab nicht genug Level. Aber ich mach das trotzdem mal lieber. Kann ich nämlich meinen Diahill wieder aufsetzen? Unten sind Levelbären. Ich hab nämlich, äh... ...und sind Levelbären. Darf ich nämlich meinen Diahillen wieder aufsetzen? Der Schutz 3 und Haltbarkeit 3 hat. Das ist mir geil. So, auf dem Wege nehm' ich auch schon mal gleich was mit in... ...die Truhen unten, die Kisten unten hin. Weil ich hab' ja unten ein Lager gebaut. Ein Bindinglager. Reicht. Und, äh... ...will da auf der Schiene... ...gleich das System da unten mit reinbauen. Ich hab' ja auch überlegt, ich baue das Ganze nochmal um. Jetzt hab' ich keinen Tisch mitgenommen. Brauchst du das nochmal um? Ja, ich baue das nochmal um. Also, diesen einen... ...oder hoch- und runtergang, den find' ich ehrlich gesagt... ...richt asozial. Ähm, den werde ich nicht... Oha, die Maus. Alter, was ist das für ne Mauseinstellung hier? Die ist voll hohl. Hab' mich bei Bedwurst vorhin auch schon so ein wenig... ...abgenervt. Musst'n jetzt Treppen, oder was? Ähm... Ne, 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 Treppen nicht. Ich brauch' ne Kiste. Eine ganz banale Kiste. So. Dann werde ich die nämlich nochmal kurz mit runternehmen. Und bevor wir dann nämlich abhauen... ...machen wir ganz einfach unten mal das Holz hin. Oh, ich seh' gerade, dass wir auch Lava wieder brauchen. Ja, genau. Auf dem Wege können wir ja einmal mitnehmen... ...und dann können wir die ja unten mit... Nee, nee, eigentlich können wir das Ding mitnehmen. Wir können das Ding mitnehmen. Wir können das direkt nachfüllen. Wohl auch. Das ist aber so schwer. Entschuldigung, aber es ist wirklich einfach nur schwer. Ähm... Da machen wir das mal hin. Ich bin ganz unten drin. Weil ich hab' gedacht, wenn ich schon runterlaufe... ...laufe ich wenigstens nicht leer. Ganz unten drin. Ne, im Keller. Ach, du bist da andersrum hingegangen. Äh, der Quatsch ist ja der andere... äh... Wann da nochmal hin? War der Smeltery? Hallo? Huh? Hallo? Na? What the fuck? What the fuck? Das ist ein Secret. Du siehst es gar nicht auf Ani, ey. Ist cool, ne? Aber ich... Ich werde hier die Tür aufmachen, weil hier die Bären hinter sitzen. Und dann werde ich die Bären nochmal umbauen. Und ähm... Das habe ich mir so den ganzen Tag auf Arbeit überlegt, dass ich das einfach mal mache. Okay. Denn ich finde den Raum hier doch etwas zu klein und man kann den wirklich schöner gestellten als mit dieser blöden Treppe hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, das können wir alles noch schöner machen auf jeden Fall. Schau mal hier, ich habe das jetzt mal hier ordentlich gemacht. So, aufmerksame Zuschauer wissen, wo es jetzt hingeht. Ähm... Meine Zuschauer natürlich nicht, weil ich war hier noch nicht. Aber die lieben Mitbewohner Euk und Sahi waren hier schon mal in der Ecke. Christina auch. Und Christina auch. Okay. Christina auch. Nur ich wieder nicht. Sie ist an mich nicht gedacht hier. Okay. Läuft bei euch. Hier ist Holz. Lass mich raten. Hier ist ein Minenschacht. Da oben. Weiß ich gar nicht. Das wird bestimmt der Minenschacht von da hinten sein. Den ich da hinten gefunden habe. Könntest du von ausgehen? Nö, nö. Oder hat da... Nö. Hey, eine Scheibe. Bauen wir mal wieder den Weg ordentlich. Entschuldigung, ich musste erst mal da was abbauen. Hey. Hallo. Was? Ich würde gerne raus. Das wäre ganz toll. Was? Sie wollen raus? Das halte ich für ein Gerücht. Ich wäre very proud. Schaut auf Siss. Hey, was ist hier? Ah, hier geht's lang. Ja, ich wollte dir den Vortritt lassen, damit ich diesmal nicht als erster sterbe. Hab ich zugemacht? Ah, hier hab ich zugemacht. Ja. Hier genau. Willkommen. Damm, damm, damm. Achso, warte. Warte, 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 warte. Ich mach das nochmal anders. Ähm. Zack. Damm, damm, damm. Aber ich muss den Shader wieder raus machen, Alter. Der zieht mir die Frames runter. Ich brauch keinen Shader drinnen. Ja. So. Achso, ich sollte vielleicht auch das wieder einschalten. Und einschalten. Hier mal irgendwie Blöcke. Blöcke irgendwie auf einen Slot, wo das schnell erreichbar ist. Ui. Freunde. Alter, wie er einfach mal stirbt. Ich dachte, okay, dann möchte ich schauen. Ey, das ist ja wirklich voll Nether-Zeug hier, ne? Ja, ja, ja. Krass. Okay. Ah, hier ist unsere Kiste. Hier ist unsere Kiste, wo wir die ganze Zeit immer die Zombies... Da haben wir mal hier Lava. Pass auf, da haben wir das hier gemacht. So. Zack. Und dann gucken wir hier rein. Guck mal da. Die schießen mich gerade ab. Ja, pass auf. Da haben wir folgendes gemacht. Dann haben wir das hier gemacht. Die machen mich kaputt. Aber dann geht... Okay. Pass auf. Och, die armen. Die armen Schweinchen. Dann haben wir mal unten da ein bisschen durchgeschlossen. Voll die Farm, Alter. So. Krass. Attacke. Ach, nicht schlecht. Ach, das ist so ein OP-Ding, ist das? Du brennst, würde ich sagen. Ach, geil. Ich krieg XP. Und wenn ich da runter springe, bin ich wahrscheinlich tot, ne? Ja. Ja. Sehr wahrscheinlich. Aber ich wollte Zeugnis machen. Ich wollte mich da so runter bauen, nämlich von der anderen Seite hier, ne? Da kann man runter gehen. Ja. Ja. Aua. Aua, 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 Aua. Dann könnte man sich Stück für Stück vorbauen. Warte mal, ich hau da mal nochmal Lava rein. Das wollte ich grad was essen, aber es ging nicht. Ich hab gar keinen Hunger. Ohohoho. Da, oder so, übrigens OP-Skeletz, muss ich mal anhe- äh, äh, äh. Äh, der hat mein Schwert! Loll, wieder mein Schwert hat. Das hab ich. Das hab ich. Okay. Ja. Ähm. Das wäre tot. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oh, scheiße, ist das Schwert wieder weg. Ey, der hat mir mein Schwert außer Hand gezogen, der Arsch. Ja, das kriegst du wieder, das kriegst du wieder, warte mal. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Aua, alter. Alter, der, der ist doch voll heavy, der Typ. Was? Aua, ich geh da nicht freiwillig runter. Ne, ich auch nicht. Mein Schwert ist weg. Warte mal, Vorsicht, Vorsicht. Hast du mein Schwert? Warte mal. Mein Schwert war da unten. Ich hab dein Schwert, ja. Ja, ich hab dein Schwert wieder. Oh, leu. Alter. Hast du's? Ja, abs, 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 abs. Toll. Oh, wie ich brenne. Lul. Aaaaah. Incoming call. Incoming call. Ja, der ist gleich hin. Ey, Mann, 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 Mann. Okay, ich muss jetzt langsam mal was essen. Ich muss ihn mal ganz kurz healen. Ja. Aber ich hab hier einen Sack mit einem Schatz. Eisenbeinschutz, Magic Resistance, Schutz 3. Cool. Dia Schwert, Haltbarkeit 3, Rutschstoß 1. Aber auch Eisen. Ich hab den Lumen gefunden. Das ist aber kaputt. Das müssen wir unbedingt entzaubern. Ja. Okay, go. Unbedingt. Wir müssen unbedingt diesen Entzauberungstisch bauen. Unbedingt. Los, heile dich jetzt. Mein Gott, Alter. Wie lange dauert denn das? Ich muss ganz kurz riggen. Oh, ja. Sorry. Hat funktioniert. Warte, Moment. Hui. Tag. Party. Voll gut. Die Lieder alle verraten. Ja, ist denn... Oh. Bums. Mach'n Bum. What the fuck? Ja? Ist nicht schön so weit. Eier, wie viel Ra-Skelette sind denn da bitte? Ist krass, ne? Aufpassen, 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 aufpassen. Lass uns lieber erst raggen wieder. Habe ich mein Schwert wieder? Ich... Ja, es schwebt um dich herum. Es schwebt um dich herum. Licht ist vor dir. Es lag eben vor dir. Hä? Wo ist es denn jetzt hin? Es schwebt um dich herum. Also ich hab's nicht... Es schwebt wieder bei mir jetzt rum. Warte, ich komm mal zu dir und lass' es mal los. Also irgendwie schwebt es um dich herum. Ich mach' ich hier mal einen größeren, größeren Trakt. Hör mal rein. Recken. Wo ist denn jetzt mein Schwert? Es schwebte eben um dich herum. Ich hab's auch nicht. Okay. In deinem Inventar ist es nicht zufällig? Nein. Oh. Ich muss wieder hochkommen. Hä? Du hast es. Du hast es. Es schwebt bei dir rum. Ah, jetzt... Jetzt hab ich's hier wieder. Okay. Hey, das auch mal eine Visierung? Ja, ich... Ich weiß, ich weiß. Ich wollte es nur nicht wieder runterfallen lassen. Hast du's? Warte. Ja, wo ist es denn jetzt? Nicht, dass es ein Bug ist. Dann geh ich nämlich jetzt hier erstmal raus. So, ich hab's wieder. Es schwebt wieder um mich herum. Eben schwebt es doch um mich herum. Jetzt müsstest du's aber haben. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Weil es schwebte nämlich eben um mich herum. Deswegen. Ich hab was essen. Okay. Kann es sein, dass sie nur Schwert da nehmen? Also mein Schwert ist wieder weg. Hast du mein Schwert zufällig jetzt? Nee, hab ich nicht. Dann ist es jetzt ganz weg. Okay. Oh, cool. Ich habe hier ein Kettenhemd. Haltbarkeit, 3-Schutz, 3-Magic-Resistance. Hier. Guck mal, ich hab mal ein paar. Ich hab mal ein paar. Ja. Ja, das Problem ist, mir fehlt mein Schwert. Da wäre ich sehr stolz drauf, wenn ich das wiederkriegen könnte. Hallo, ihr da unten. Ich brauch mal ein Schwert. Bitte wieder. Dankeschön. Ich glaub, wo der Spawner ist. Da wäre ich sehr stolz drauf, wenn ich das wiederkriegen könnte. Okay. Ich hab zumindest schon mal Pfeil. Ey. Nee. Jetzt ist alles weg. Scheiße. Jetzt ist alles weg. Meine Hacker, wie auch mein Schwert. Super Idee. Die liegen da unten beide. Die Sachen. Okay, warte mal. Oh, den Zombies gerade eine Falle. Es wäre cool, wenn du mit deinen Magnetisierungssachen das mal irgendwie ziehen könntest. Warte, warte. Hallo, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Ja, warte, warte. Ich hab da einen, der ist gleich fertig. Oh, mein Schwert. Gib mein Schwert wieder. Ja, das ist liegen. Ein Schwert hast du schon. Ich muss nur darauf achten, dass ich jetzt hier nicht gleich verrake. Äh, wo ist mein... Alter, wie kann der mich denn hicken? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Alter, wie hier einfach so alles eskaliert. Aber völlig. Ich schlage gerade wie blöd mit so einem Pfeil auf einen ein. Meine Sachen sind weg. Ich will meine Sachen wieder haben. Die liegen da unten. Du willst den Sporner. Warte mal. Du willst den Sporner. Ich habe nichts, womit ich dreschen kann, Alter. Es ist so boring. Aber immerhin haben sie mich schon mal einen Pfeil geklaut. Ich probiere jetzt hier den Sporner zu finden. Warte mal. So, ich muss erstmal ganz kurz was essen. Ja, meine Freunde. So, ihr werdet sich erstmal hart gekriegt. So, komm mal her. Komm mal her, komm mal her. Ich habe da was Schönes für dich. Ach, der schießt mit seinem scheiß Boom. Den Sporner nicht. Warte mal. Sporner finden. Mach aber nicht zu viel hier, ne? Ich bin quasi nackig. Ich hab mal, ich hab eine zweite Pickaxe. Eine Pickaxe, die ist bestimmt von Tieren. Mit Huitenspitzhacke. Ja. Eine habe ich. Ja, toll. Wie gebe ich einen Dienst? Mit Huitenspitzhacke. Toll. Der nimmt da automatisch die andere in der Hand. Ach, verdammt. Warte, Moment. Ja. Ähm, ich mach das. Wechsel doch mal deinen Zugriff. So, hier. What the fuck? Da. Aha, jetzt habe ich. Jetzt hast du auch meine. Hast du? Jetzt hast du meine. Jetzt habe ich beide. Okay. Ja, ich muss die mal zurückziehen. Hier, hier, komm. Oh, jetzt hat mich sie gerade wieder. Hier. Ja, okay. Nimm lieber die. Nicht, dass du die OP-Hacke nimmst. Probier jetzt. Na, ich nimm mal. Nimm erstmal. Nimm erstmal nicht so viel weg. Ja, warte mal. Ich suche her. Ich habe nichts, womit ich kloppen kann. Ich hab mein Schwert wieder. Ich hab's doch nichts, womit ich kloppen kann. Party, 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 Party. Ich suche die Spawner. Wo ist dieser fucking Spawner? Ich suche mein Schwert. Nicht, dass der irgendwo unter ist. Ja, deswegen mache ich ja gerade alles auf an der Decke. Hier. So, im Moment. Au. So, im Moment habe ich das, glaube ich, hier ganz gut an der Kontrolle. Hoffe ich zumindest. Und tot. Nein. Wir sind über die Zeit. Wir müssen aufhören. Oh, ich seh's gerade. Oh, warte. Okay, dann komm mal da. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Hilfe. Mach das Feuer aus. Komm mal hier kurz so ein Stück mit hoch. Ich glaub, dass der nicht hier reinfällt, ist aus Versehen. Mal zu. Wir stellen uns mal hier in die Ecke rein. Komm mal hoch hier, Papi. Okay, ich komme. Ich komme. Ich mache hier eine Fackel hin. Dann machen wir einen Zweigang draus. So, damit wir uns nicht gegenseitig gleich tot hitten. Gott sei Dank, Mann. So, habe ich jetzt mein Schwert zufälligerweise auch wieder? Nein, mein Schwert habe ich noch nicht wieder. Ich habe zwar hier ein Dia-Schwert, aber das ist kurz vor kaputt. Also, ich habe hier ganz viele Sachen, wo ich die Verzauberung von rausnehmen muss. So, ich gehe vom Server runter. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe ganz viele Sachen, wo ich die Verzauberung von runternehmen muss. Wir müssen unbedingt einen Endschwil bauen. Unbedingt. Und wir müssen unbedingt den Spawner finden von dem Ding da unten. Das wäre nochmal Toll. Toll. Die kamen aber von links, ne? Also, ähm... Von links? Da muss irgendwo links sein. Wenn du reinguckst ins Loch, kamen die alle von links. Alles klar. Gut. Dann läuft das Auge weg. Alter, was ist jetzt los? Mir tränen voll das Auge. Das ist traurig. Du bist gerührt. Okay. Oh, danke. Dann machen wir die Farbstätigung bis über 19 Minuten. Genau. Ja. Tschüss. Wir können dir. Hahahaha. 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 Alles klar, Leute. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen da. Schaut auf jeden Fall bei dem Onkel Poppy vorbei. Der ist unten als erstes mit verlinkt, weil er zu meiner Stadt gehört. Und ja, da sind wir jetzt bei der neuen Folge von Mine Faction 2. Bis dahin, euer Oik und der Onkel Poppy. Tschau. Tschau. Tschau! 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 Mach Shock K 곰. Untertitelung. BR 2018